Entdecken Sie die Digitalisierung mit der Desma Smart Connect Produktreihe. Mit SmartFace wurden individuell konfigurierbare Software-Schnittstellen geschaffen, über die eine Desma-Maschine Daten mit anderen Geräten, Peripherien und Systemen wie beispielsweise Robotern oder Laserbeschriftern austauschen kann. Der Maschinenstatus und weitere Produktions- und Qualitätskennwerte sowie die zugehörigen Auftragsdaten können mittels SmartFace an übergelagerte Applikationen wie MES- oder ERP-Systeme, Leitstände zur Produktionsüberwachung oder Instandhaltungssysteme übermittelt werden. Umgekehrt ist es ebenfalls möglich, von MES-Systemen Sollwerte an die Maschine zu schicken, die zuvor auf Plausibilität geprüft wurden. Für die Kommunikation und den Datenaustausch stehen für SmartFace mehrere Protokolle zur Verfügung. OPC UA, OPC DA und Modbus. Die direkte Datenbankanbindung ist dabei ebenfalls möglich. Standardmässig liefert SmartFace die wichtigsten Variablen-Kennwerte in der Schnittstelle wie beispielsweise Istwerte der einzelnen Temperaturzonen, Plastifizier-, Einspritz- und Nachdruckzeiten sowie die Heizzeit- und Gesamtzyklusdauer, weitere Prozesskennwerte wie Plastifizier- und Einspritzarbeit, den elektrischen Energiekonsum bei entsprechend ausgestatteten Maschinen und die aktiven Funktionen der FX-Reihe. Ausserdem sind Angaben zur aktuellen Produktion wie Artikelname, Auftragsnummer, Werkzeugnummer und die Produktionsmenge vorhanden. Die Variablen-Liste lässt sich auf Wunsch modifizieren und kann individuell mit zusätzlichen Prozessparametern erweitert werden. Grundsätzlich können fast alle Grössen, die auf der Maschinenvisualisierung zu finden sind, in die SmartFace-Schnittstelle aufgenommen werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, die spezifischen Kennwerte des Spritzgießvorgangs aus der Maschine nach jedem Zyklus direkt in eine betreiberseitige Datenbank zu speichern. Sowohl der Umfang der Kennwerte als auch die Datenbank sind individuell anpassbar. Mit SmartTrace wird die Rückverfolgbarkeit der Produktionsparameter gewährleistet. Hierzu wird gemeinsam zwischen Maschinenbetreiber und Desma eine Lösung entwickelt, da die Anforderungen meist vom jeweiligen Artikel abhängen. Mit Hilfe eines Lasers können zum Beispiel eindeutige IDs auf den Artikel aufgebracht werden. Anschliessend lassen sich die zugehörigen Produktionskennwerte per SmartFace-Schnittstelle auf einem IT-System zur weiteren Verarbeitung speichern. Die gesicherten Daten lassen sich grafisch aufarbeiten und mit Hilfe von Reports und Chargenauszügen die relevanten Werte übersichtlich für die produzierten Artikel zur Verfügung stellen. SmartConnect4U – Ihr Schritt in die digitalisierte Produktion mit Desma.